Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode! Hudson, League of Explorers, jetzt machen wir die Herausforderungen, sollte klar sein. Und das wird doch eigentlich ganz nett. So. Okay, Rexa. Hopi, hopi. Steinhau... äh, Eber. Das ist praktisch. Das ist doch eine richtig gute Karte. Bam! Da! Hätte ich gefeiert, wenn er zweimal gemacht hätte. Ich brauche Karten. Ich halte nicht genug Karten. Tod den Landbewohner! Ja, okay. Ich brauche so etwas wie Freezing, äh, nicht, äh, sondern so Feuerfalle. So. So. Das ist doch Todesrächeln. Okay, gut. Fügt einen zu für den Feind einen Schaden zu. Finde ich auf jeden Fall nicht sehr stark. Tod den Landbewohner! Oh, das ist ein richtiger Facehunter hier. Nice! Yo! Oh, schade. Äh, so. Ich brauche mal was mit Spott. Das wäre ganz nett. Ah, der zieht mich ziemlich weit runter. Okay, es geht mir noch. What? Okay. Ähm. Achso, das muss da hin. Weil Reißzahl und Klaue. So. So. Jetzt mal, gleich mache ich eine neue Hellenfähigkeit und hoffe, dass ich eine Priesterfähigkeit bekomme. Ja, er hat gewonnen. Ne, sowieso. Oh, BM-Kill, würde ich mal sagen. Was soll das für ein Deck sein? What the fuck? Man. Ist doch nichts schönes Bei. Ah. Ich nehme mir was zu trinken. Ah. Schöne 1,5 Liter Flasche. Ist das 1,5 Liter? Boah, ich bin sogar dem Schätzen, ist 1,5 Liter. Oh, ich habe auch so ein Schlingelspeer. OP, OP. Lass die Hunde los. Oh, ich setze auf ihm. Was? 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 Das ist nice. Das ist echt gut. Das ist eine schöne Hellenfähigkeit. Gefällt mir so gut. Oh, der hat keinen Diener, der eins kostet. Interessant. Das ist gut zu wissen. Jetzt haben wir eigentlich ziemliches Board-Control und sollten das eigentlich reißen. dahin muss er. Was? Nein, das ist falsch. Was macht der für Missblaze? Oh mein Gott. Oh, okay. Den muss er jetzt aber killen. Ja, das war richtig. Ich lass die Hunde los. Hey, der sagt, ich lass die Hunde los und hier ist, lass die Hunde los. Du lässt nicht die Hunde los, ich lass die Hunde los. Oh ihr Leute, jetzt gibt es einen BM-Kill. Jetzt gibt es den heftigsten BM-Kill in aller Zeiten. Ich hab gemissplayt, ich wollte einen anderen BM-Kill machen, aber egal. Oh, oh, oh. Hm. Das ist wie bei ihr BM-Kill. Oh, ich hab so viele Diener. Oh, Kamel und dann der Typ. Aber selbstverständlich wird sie jetzt sterben. So. Schamane gegen den Murloc-Fuzzi. Okay. Ich hab auch ne Riesenflosse. Hab ich also schon erwähnt. Na komm. Da scheint ein solides Tag zu werden. Zu sein. Na, jetzt können wir diese 3000 Murlocs. Freue ich mich jetzt schon drauf. Oh, ich hab mal kein Missplay gemacht. Unglaublich. Danke. Oh, sehr schön. Get rekt. Ah, jetzt zieht der ja. Ne Karte okay. Eine Karte ist okay. Eine Karte ist echt okay. Oh, shit. Oh, shit. Okay. 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 Naja, ich muss unbedingt das Board-Control irgendwie hinbekommen. Yo. Vertreibe spielt auch noch richtig. Okay. 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 Oh, das lassen wir erstmal schön sein. Alter. Der treibt halt richtig. Hm. So. Board-Control ist auf jeden Fall da. Okay, den kann ich, den kann ich noch ausschalten. Den auch. Ich lass dir keinen Murloc am Leben. Ihr könnt die Qualität nicht aufhalten. Die Karte ist zum Glück OP. Okay. Yo. Übertreibst halt die ganze Zeit mit deinem Murloc da, ey. Oh, yo. Die Stats, ey. Na, machen wir mal das. Ja. Ah, sehr gut. Heil-Totem. Der hat nochmal dieses... Ah, sehr gut. Dieses 5x, äh... 3.000 Murlocs herbeirufen. Ja. Ja, geschafft. Nice. So. Priester gegen den. Das, das, das hat echt Spaß gemacht. Mit den alle Diener... Kosten und so. Werden dann zwei Diener, die eins mehr kosten. Das hat richtig Fun gemacht. Anduin gegen Lady Nasjar. Ja, er hat genau die gleichen Ideen gehabt, die ich auch hatte. Mit Kampffschrei und alles. Ja. Ja, er hat genau die gleichen... Genau die gleiche Idee hatten die auch, die ich hatte. Oh. Ewig, okay. Okay, ewig ist echt ganz gut, denke ich. Nice. OP, OP. Oh, ein Sturm. Okay. Hm. Okay. Oh, das ist OP. Wie kosten die denn? Zwei, okay. Ziele-Trappe. Hm. Oh, Junge, er ist OP, so. Ich hoffe, dass du in der Erzimmerung fährst. Ach, Vergeltung. Es ist auch so einfach. Es ist... Also wirklich... Schwer ist es nicht. Okay. Er hat auch den... Echoschlamm drin. Wer weiß, was für Geheimnisse wir tun werden. Ja, komm. Nächsten Zug ist hier jetzt schon lethal. Hä, es ändert nichts. Baron-Toten-Schwur. Oh. Ähm. Wie viel Damage? Zwei. Okay. Na, da muss ich ja dran glauben. Oh, Synergy. Axwerfer. Das ging... Ziemlich easy. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Episode mit Heroic. Ich bedanke mich und ganz herzlich für das Zusehen. Wünsche allen noch einen wunderschönen Tag. Und sage Tschö. Bis dann. Und man sieht sich. Tschö. Tschö.